Hallo, ich möchte euch heute ein Update geben zu meiner Klage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gegen Deutschland in Bezug auf die Maskenverordnungen und die ja unter diesen Verordnungen letztlich liegende offizielle Datenbasis, die diese Verordnung eigentlich legitimieren sollten. Der letzte Stand, den ich per Video durchgegeben habe, war Ende März, kurz nach Einreichung meiner Klage und meines damaligen Eilantrages, wobei der Eilantrag ja bekanntlich in der Filtering-Section des Gerichtes in ablehnender Weise hängen geblieben ist und die Hauptklage aber angenommen worden ist und mir damals in Aussicht gestellt worden ist vor drei Monaten, dass sie eröffnet werden wird, sobald der Geschäftsbetrieb es zulasse. Das ist bis heute nicht geschehen. Wir haben allerdings auch damals die Aufforderung bekommen, das Gericht über aktuelle Entwicklungen in diesem Fall informiert zu halten und diese Aufforderung haben wir jetzt genutzt letzte Woche, um ja tatsächlich das Material mal zusammenzutragen, die wichtigsten Dinge zumindest, die sich seit der Klageeinreichung ereignet haben. Neue Informationen, um es dem Gericht möglichst leicht zu machen, jetzt auch noch mal die Offensichtlichkeit zu sehen. Die Offensichtlichkeit an der nicht vorhandenen, legitimen Datengrundlage für solche bei genauerer Betrachtung tiefgreifenden Verordnungen wie die Maskenpflicht, vor allen Dingen eine FPP-2-Maskenpflicht in Bayern im Hochsommer bei diesen Inzidenzen. Genau. Und die Dringlichkeit der Beschäftigung, also Eröffnung dieses Falls auch noch mal zu belegen oder anzuführen. Ja, ich möchte euch ein bisschen was jetzt inhaltlich dazu erzählen. Formal ist es so, dass jetzt genau in dieser Stunde oder in diesen Minuten dieser Schriftsatz von meinem Anwalt auf den Postweg gebracht wird, Richtung Straßburg, genau. Inhaltlich haben wir natürlich auf die sommerlichen, in Anführungszeichen, Inzidenzen Bezug genommen, die umso mehr die Unverhältnismäßigkeit, in jeder juristischen Hinsicht ja die Unverhältnismäßigkeit dieser Maskenpflicht natürlich noch mal untermauern und unsere Chancen auf ein positives Urteil jetzt natürlich noch mal erhöhen, normalerweise. Und auch die Corona-Datengrundlage, die ja auch noch mal mehr offiziell ins Wanken geraten ist, obwohl sie vorher schon kaum noch auf ein Stein auf dem anderen da von ihr stand. Ja. Um genauer zu sagen, wir haben natürlich auch die neue Studie der Universität Duisburg-Essen einbezogen. Genau. In der noch mal ziemlich deutlich herausgestellt worden ist in der Quintessenz, dass ohne eine Interpretation der PCR-Testergebnisse gemäß der WHO-Kriterien, Stichworte CT-Wert, Viruslast, Symptome, Retestung bei Unsicherheit und so weiter, also ohne diese Interpretation gemäß der WHO-Kriterien und damit auch ohne eine wirklich solide Fallzahlengenerierung, die eben auf solchen richtigen Interpretationen dann auch fußt. Ohne das haben wir natürlich eine Überschätzung der uns suggerierten Größe der Gruppe an wirklich aktuell Infektiösen jeweils um laut dieser Studie 60 bis 80 Prozent. Die Tagesschau hat das natürlich noch mal strenger nach recherchiert und nachgerechnet und sagt, naja, aber wenn wir strengere CT-Werte von 30 anlegen, dann kommen wir ja nur auf 30 bis 50 Prozent für diese Zeiträume der Studie ungefähr. 30 bis 50 Prozent, in denen die Zahlen nicht stimmen und zu hoch sind. Also wenn man die Infektiösen nur berechnen, ja, berücksichtigen will. Dann denke ich, okay, aber es ist auch keine wesentlich schönere Situation. Wenn wir uns das mal vorstellen konkret, eine Inzidenz von 120 würde dann heißen, wenn wir es um ein Drittel korrigieren müssen, offiziell ist sie nur bei 80. Massenweise, also ein deutlicher Unterschied, ja. Genauso zum Teil bei 50 Prozent können wir alles jetzt durch zwei teilen, oder was? Das kann ja wohl nicht sein, ja. Genau. Und vor allen Dingen, ja, laut Infektionsschutzgesetz, das ist immer wieder die absolute Basis von allem, finde ich, ist gefordert, alle diese, letztlich diese ganzen Grundrechtseinschränkungen, alles darf nur fußen auf Infektiösen. Ja, es steht da im Sinne von, das Virus muss, es muss da bei jemandem in dem Körper sein, es muss sich vermehren und es muss übertragbar sein, das heißt letztlich das Kurzform für infektiös und nichts anderes. Und leider hat die Frau Merkel im Bundestag, als sie am 23.06. dazu gefragt worden ist, kritisch, leider uns wieder statistisch komplett in die Irre geführt. Und zwar hat sie dann gesagt, bekanntlich, ist in dem Video dazu auch zu sehen, ja, aber wir müssen, dürfen nicht nur die engen, hochinfektiösen oder infektiösen Menschen in den dafür gängigen CT-Wert- oder Viruslastbereich sehen, sondern wir müssen auch die, die eine höhere, einen höheren CT-Wert aufweisen, eine niedrigere Viruslast, denn es kann ja sein, dass die noch infektiös werden die nächsten Tage und deswegen müssen wir die auch mit einzig berechnen und deswegen ist das schon richtig so für die Beurteilung der Lage. Dann denke ich, oh, Frau Merkel, aber was Sie nicht sagen, ist das Gegenteil, dass das genauso auch berücksichtigt werden muss, dass wenn Sie schon die für die nächsten Tage einberechnen, die dann auch womöglich infektiös sind, dass Sie die dann auch wieder rausrechnen müssen, die dann nicht mehr infektiös sind, beziehungsweise die, die einen zu hohen CT-Wert haben, weil sie eben jetzt schon nicht mehr infektiös sind. Also, Sie können nicht einerseits Leute reinnehmen, ja, zu ihren Gunsten der Auslegung und gleichzeitig die anderen nicht wieder rausnehmen. Wenn schon, denn schon, ja. Und da Sie Physikerin sind, muss man erwarten, dass Ihnen das bewusst ist, was Sie da irreführend sagen. Es ist Irreführung, letztlich Täuschung. Ja, so, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Dann haben wir die Studie, die unter Beteiligung auch von Drosten kürzlich veröffentlicht worden ist. Werde ich hier auch verlinken mit drin. Die fokussiert den Anteil hochinfektiöser ohne Symptome. Das sind von positiv Getesteten laut dieser Studie 8%. Es gibt 8% der positiv Getesteten, die wohl wirklich hochinfektiös sind. Und davon sind es aber, also letztlich sind es insgesamt 3% der positiv Getesteten, die hochinfektiös sind und dabei keine Symptome haben oder nur milde Symptome. Also, die tatsächlich durch die Gegend laufen und ohne, dass sie sich krank fühlen, Leute hochinfektiös zumindest anstecken würden mit einer eben dann auch höheren Wahrscheinlichkeit. Heißt aber, von den 3%, da sind ja auch die mild symptomatischen bei. Das heißt, wirklich Leute, die wirklich ohne Symptome durch die Gegend laufen und hochinfektiös ihre Viren versprühen, sind dann von dem positiv Getesteten laut dieser Studie 2%. 2% der positiv Getesteten. Wenn wir das mal durchrechnen mit den aktuellen Inzidenzen, die sind ja jetzt relevant. Nehmen wir mal eine Inzidenz von 6 von 100.000 Einwohnern in einer Woche. Was bedeutet das, wenn von den 6 2% ohne Symptome hochinfektiös durch die Gegend laufen? Wie gefährdet sind wir denn dann von denen? Naja, das sind dann 0,12 Menschen von 100.000 Einwohnern in einer Woche. Wir nehmen das mal mal zähl, damit man sich es besser vorstellen kann. Es ist ein Mensch, also 1,2 Menschen. Rund ein Mensch von einer Million Einwohner in einer Woche ist also tatsächlich unter uns der ohne Symptome, sei es prä oder asymptomatisch, auf jeden Fall ohne Symptome hochinfektiös ist. Das ist ein Riesengefahr, Fragezeichen? Dieser offiziell eine Mensch von einer Million Einwohnern in einer Woche. Okay, wir sind so fair und rechnen die Dunkelziffer mit ein. Ja, wie hoch ist die denn? Wir haben ja bei einer so breiten Testung, die wir jetzt haben, einer so häufigen Testung. Okay, da kommen dann wieder Fehler dazu. Dennoch, wir gehen mal nach der Studie aus Berlin. Die legen wir jetzt mal an. Das Dunkelzifferfeld ist ja nicht mal mehr in mehrerer hundertfacher aus, also hundertfacher im Faktor vorhanden wohl, sondern im Faktor 2,2. Man muss also angeblich die ganzen Fälle mal 2,2 quasi ist die Dunkelziffer mal 2,2, also um den Faktor 2,2 Prozent. Ich korrigiere mich noch, das ist also wichtig, ja. 2,2 Prozent ist sie höher angeblich, also die reale Fallzahl, als die gemessene. 2,2 Prozent höher. Okay, also rechnen wir gerne drauf auf den einen Menschen von einer Million, der uns da womöglich so gefährlich werden kann. Dass eine Maskenpflicht für ganz gesunde Menschen bei hochsommerlichen Inzidenzen und zum Teil FPP2-Pflicht, zum Teil stundenlang ja auch, ja, gerechtfertigt ist. Kann man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, weitere Stichwörter von Material, das wir eingeflossen oder einfließen lassen haben, nenne ich jetzt hier mal nur schneller. Das einmal das Urteil des Wiener Verwaltungsgerichts, ist, dass auch dieses Chaos in den Fallzahlen recht gut ausgearbeitet hat und es man relativ analog zumindest zu Deutschland sehen kann. Dann gab es natürlich den Beschluss aus Weimar, der hinsichtlich der darin vorhandenen drei Gutachten, von denen wir zwei in der Vorabversion zumindest jetzt auch gut nutzen konnten. Das würde natürlich bei Eröffnung des Verfahrens nochmal aktualisiert mit aktuellen Unterschriften und aktuellen Daten womöglich, aber das ist einmal von der Professor Kapstein und Professor Kemmerer natürlich sehr wertvolle Daten zur, ja, Maskenhygiene oder Unhygiene in der Öffentlichkeit von der breiten Bevölkerung und auch nochmal diese leidige PCR-Test, CT-Wert und Viruslast-Geschichte. Genau. Andere Stichworte in der Intensivbetten, ja, im Raum stehende Betrug, muss man auch da sagen, der auch noch nicht aufgeklärt worden ist. Was ist mit diesen Zahlen, der nun wirklich wissentlich, nicht wissentlich, wie auch immer, auf sich hat, die wohl nicht stimmen sollen? Ja, damit stimmen dann kaum noch irgendwelche Daten, eigentlich gar keine Daten mehr, die mal die Legitimationsgrundlage offiziell geboten haben für diese Verordnung. Auch einbezogen haben wir die Studie über die Masken der amerikanischen Seuchenbehörde CDC, der Centers for Disease Control. Das finde ich immer sehr spannend und eine schöne Preisfrage oder Quizfrage zumindest, die man, finde ich, auch immer mal so stellen kann in die, ja, in den Mainstream. Habe ich neulich auch gemacht, habe ich jemanden gefragt, was glaubt ihr denn, 30, also wie viel Prozent sind es denn wohl, die Fallzahlen, dass die Fallzahlen sinken durch den Gebrauch von Masken? Ganz oft kommt, ja, 30 Prozent bestimmt, 30 Prozent helfen die Masken, die verhindern oder reduzieren die Fallzahlen um 30 Prozent. Und sage ich, nee, laut dieser Studie überhaupt nicht. Was denn? Dann beharren sie auf 20. Von der 10 wollen sie aber nicht abrücken und sie bleiben immer felsenfest davon überzeugt, dass es mindestens 5 Prozent sind. Ich muss sie dann leider erschüttern und sagen, nein, die CDC, eine offizielle Behörde, die sicherlich nicht unbedingt die Zahlen bagatellisieren würde, sondern im Gegenteil vielleicht, Fragezeichen, ja, die sagt 1,8 Prozent. Wow. Dafür, dass wir uns im Hochsommer bei überhaupt nicht mehr relevanten Inzidenzen stundenlang für 1,8 Prozent Senkung von Fällen, die es so gut wie nicht mehr gibt, so einen Viren- und Keimverseuchten Lappen um den Mund hängen, ja, ist schon eine ziemlich absurde Situation. Vor allen Dingen, wenn man natürlich berücksichtigt, immer die milderen Mittel. Der Staat ist verdammt nochmal dazu verpflichtet, mildere Mittel einzusetzen. Ja, das ist sonst verfassungswidrig. Man kann keine Menschenrechtsverletzungen begehen und die fangen nicht bei Tod und Folter an. Ja, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention sichert eigentlich das Private Life und da meint man nicht nur das Hochprivatleben, sondern es meint eine soziale, psychologische, körperliche Integrität und Selbstbestimmung in jeder Hinsicht. Dass dir niemand aufdringen kann, was du trägst, ob du atmest oder ob du nicht atmest und wie du atmest und ob du Viren einatmest, die du ausatmest oder sonst was, das darf einem normalerweise überhaupt niemand auferlegen. Und es ist überhaupt nicht das mildeste Mittel, eine Maske zu tragen. Das mildeste Mittel wäre natürlich, das Immunsystem zu stärken. Eine breitflächige Stärkung des Immunsystems mit Vitamin D, C und Zink in Grippesaison und Herbst und Winter. Und oder, was Professor Zastrow jetzt auch im Berliner Kurier nochmal groß für Dr. Merkel veröffentlicht hat und Herr Professor Kramer zum Beispiel und andere auch schon seit längerem propagieren, natürlich Prophylaxe. Ja, das kann vor der Exposition mit Sozialkontakten danach sein, einmal am Tag, mehrfach am Tag, wie auch immer. Ich weiß, dass Zahnärzte es zum Teil auch nutzen. Ja, Gurgelösung, Mundspüllösung etc. Sei es auf Jodbasis oder Salbei-Basis. Salbei kann sogar die Hüllen von, ja, Virenhüllen tatsächlich auch knacken. Solche Dinge stellen natürlich mildere Mittel dar. Das haben wir auch nochmal argumentiert und ganz ehrlich, die 1,8% dieser CDC-Studie mit Masken knackt man dann mit diesen Mitteln immer. Und wenn man diese Masken freiwillig die Leute tragen lassen wollen würde, die es unbedingt wollen, dann würde man ja mindestens noch bei 1% liegen. Also 1% nutzen möglicherweise, laut dieser Studie zumindest, den toppen wir mit anderen Mitteln um ein mehrfaches, ja, laut allen Belegen, die es dazu gibt. Natürlich auch einbezogen haben wir die deutsche Meta-Analyse, die es zum Thema Belastungen, potenzielle Schäden durch Masken gibt, in der Erschöpfungssymptomatik, ein Erschöpfungssyndrom tatsächlich auch schon benannt worden ist und auch nochmal auf die Problematik mit dem Sauerstoffgehalt eingegangen worden ist. Auch ein bisschen in neurologische Bereiche das beleuchtet worden ist. Und ja, das verlinke ich auch nochmal hier unter dem Video. Natürlich haben wir auch auf die Dringlichkeit nochmal gepocht, sich dieser Sache da jetzt bei Gericht anzunehmen. Und zwar muss man einfach zusammenfassen, auch klar sagen, auf falschen Zahlen, ja, auf irreführenden falschen Zahlen in mehrfacher Hinsicht, die auch in den Bereich Betrug, Täuschung schon reichen, ja, werden uns Maßnahmen wie die Maskenpflicht auferlegt, langfristig, die laufen ja jetzt schon langfristig, die einfach die ganze Zeit eine übermäßige Bedrohung bei jedem Atemzug bei uns propagiert und signalisiert. Bei jedem Atemzug spürst du das. Bis hin auf der, ja, auf der körperlichen, auf der intuitiven Ebene. Intuition wird ersetzt durch staatliches Aufoktrinieren, wie du, wann du, wo und wo auch nicht mehr frei atmen darfst. Und auf diesen beiden Dingen, den irreführenden Fallzahlen und diesem schon absolut körpernahen, körperlichen Propaganda-Szenario von Bedrohung dauernd, fußen natürlich mittlerweile und können auch leicht fußen immer weiter und weiter neue Maßnahmen, wie sie es nennen, in Wirklichkeit bei genauer Betrachtung ganz sachlich natürlich Menschenrechtsverletzung, Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da sind wir ja mittlerweile, auch wenn die Sonne da für einige drüber scheinen mag, die sich jetzt über die Lockerungen freuen und nicht merken, wie sie eigentlich die Gitterstäbe dieser neuen, sehr merkwürdigen Normalität immer weiter festigen, mit dieser einseitigen Freude über die Lockerungen schon ziemlich weit gekommen. Ja, mittlerweile sind wir, meine persönliche Sicht darauf, schon bis hin zu einem, zu einer Zweiklassengesellschaft der Grundrechte gekommen. Gibt es aber gar nicht Zweiklassengesellschaft von Grundrechten. Man nennt sowas Apartheid. Also bis hin zu einer Apartheidsregelung sind wir gekommen. Und bis hin zu einem hohen Impfdruck, bei dem ich, ja, von wirklich, also schon von Fällen weiß, in denen Menschen sich genötigt gefühlt haben oder sich wehrlos gefühlt haben, da noch eine freie Entscheidung im weitesten Sinne auch nur fällen zu können. Manchmal auch mit schweren Folgen davon. Ja, das sind natürlich auch nochmal Argumente. Und falls irgendjemand mal fragt, wie konnte das passieren, sei es bei dem einen Arzt, der es auf YouTube neulich gepostet hat, dass sein Patient ja, er blindet ist nach der Impfung oder dieses, jenes, solches danach an fraglichen, noch nicht absolut wohl offiziell erwiesenen Nebenwirkungen passiert sein soll. Wer das sich fragt, wie konnte es so weit kommen? Oder wer sich fragt, wie kann es nur so weit kommen, dass, ja, dass wir jetzt so eine Zweiklassengesellschaft haben und ich den und den nicht mehr einladen kann, wenn die Inzidenz so und so hoch ist zu meiner Feier und ich dem Start meine Geburtstagsfeiern oder meine Hochzeitsfeiern zum Teil anzeigen muss. Wer sich fragt, wie konnte es nur so weit kommen, dem mag ich nochmal sagen, ja, weil ihr die Anfänge nicht gesehen habt. Weil ihr die ganze Zeit Fallzahlen, die im engeren Sinne keine sind, hinterhergelaufen den seid und ihm hingenommen habt. Obwohl viele Menschen gesagt haben, dass sie nicht stimmen. Ebenso das exponentielle Wachstum. Es gab es schon im März 2020 nicht mehr. Es gab es drei, vier oder maximal fünf Tage. Guckt in die Zahlen und das wusste ich Ende März 2020. Andere auch. Es hieß aber noch sechs Wochen später, auch in den Medien, wir haben exponentielles Wachstum. Ihr habt es hingenommen. Lieber Arzt, lieber Lehrer, ihr bist zum Teil auch eigentlich der aufklärungfähige Elternteil etc. Genauso andere Zahlen. Und auch jetzt wieder diese Fallzahlen. Und die Intensivbetten-Geschichte, die jetzt ans Tageslicht kommt. Also es gibt, es gibt so viele Datenbasis, die man einfach hingenommen hat als Legitimationsgrundlage, obwohl sie falsch sind und keine sind. Und das führt uns bis hin zu, ja, in wirklich schwarze Kapitel. In einen Zivilisationsbruch führt uns das hier gerade. In eindeutige Menschenrechtsverletzungen, von denen das Gericht höchstens noch vielleicht fragen wird, ja, ist das jetzt verhältnismäßig, die Menschenrechtsverletzung oder nicht? Schlimm, oder? Und ich mag nicht in Abrede stellen, dass es das Virus gibt. Und ich mag auch nicht, bekanntlich nicht, die möglichen schweren Fälle in Abrede stellen. Aber diese Datenbasis stinkt hinten und vorne. Und es hätte in diesem Ausmaß nie sein müssen, was hier passiert. Und wenn wir da jetzt nicht das Ruder rumreißen, dann wird das im Herbst und sowas von um die Ohren fliegen, das wird fast jedem irgendwann noch richtig leid tun. Deswegen setze ich mich auch mit Händen und Füßen dafür ein, dass das vor dem Herbst hier noch fällt. Dieses Kartenhaus, was eh schon halb abgeblasen ist, wo man sich aber sehr bemüht, noch die Löcher zu flicken. Ja, ich plane derzeit auch eine Aktion vor der UN in Genf. Darüber werde ich euch dann, also über Facebook zumindest, über meine Seite dort, einfach kurzerhand informieren, um dem Ganzen nochmal Nachdruck zu verleihen, auch. Neben diesem Update jetzt an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit nochmal Unterstreichung der Dringlichkeit. Genau. Vielleicht nochmal zu meiner persönlichen Situation. Ja, für die, die es womöglich interessiert. Die anderen können jetzt ausschalten. Ja, ich bin jetzt den 223. Tag mittlerweile aus Deutschland geflohen, ist der 223. Tag. Es sind immer noch mittlerweile zweieinhalb, es waren mal drei Reisetaschen, mit denen ich die ganze Zeit unterwegs bin und sehe auf das, was ich gerade ein bisschen emotionaler auch zusammengefasst habe, meinen Blick auf Deutschland. Das zwar in anderen Ländern nicht ganz anders ist, aber doch zum Teil vorsichtiger mit Dingen umgegangen wird. Während zum Beispiel in Wien jetzt immerhin diese FPP-2-Maskenpflicht aufgehoben wird, denkt man in Bayern da ja noch überhaupt nicht dran. Und der Bund ist schon dabei, ja, auch FPP-2-Masken für Kinder jetzt, ja, im breiten Stil anfertigen lassen zu wollen und die einzuführen. Das, also im Sinne von anfertigen und was passiert dann nach der Anfertigung, ist die Frage, das ist die große Frage, ja. Genau. Bei mir persönlich hat es das Herzstück meiner persönlichen Beziehungen, meines persönlichen Lebens getroffen, diese Panikmache. Das ist auch der letztendliche Motor, warum ich mich dafür auch so engagiere, der hochpersönliche Motor in der ganzen Geschichte. Ich weiß, was es bedeutet, wenn das, was einem neben der Gesundheit im Leben auch am allerwichtigsten ist, nämlich Bindungen, Beziehungen, Herzlichkeit, Menschlichkeit. Und wenn diese Panikmache und diese, ja, Datenpropaganda und Bedrohungspropaganda da wirklich richtig reinschneidet, das weiß ich, was es bedeutet und dagegen wehre ich mich mit Händen und Füßen. Genau. Und stellvertretend natürlich für alle Menschen mit, die das, wie ich weiß, in dieser einen oder anderen und ähnlichen Weise auch erlebt haben, erleben, sei es im Bereich von Diskriminierungen, sozialem Druck, sozialen Spannungen und Zerwürfnissen, vorbestandene gesundheitliche Störungen, die sich massiv verschlechtert haben, wie ich weiß, von Menschen und vieles, vieles mehr, sozialer Rückzug, mangelnde Teilhabe noch am Leben und so weiter. Also es gibt da einfach vieles, wo ich weiterhin auch mal wieder daran erinnern möchte und den Finger in die Wunde halten möchte und nicht nur uns irgendwie auf den Herbst vertrösten, wo man dann vielleicht wieder irgendeine Aktion bringt. Für mich muss das vor dem Herbst fallen, ganz eindeutig. Und im Herbst werden sich die Schlagzeilen wieder überschlagen und andere Dynamiken sich so verschärfen, dass ich da kaum noch eine Chance sehe, wenn das Ding nicht vorher fällt. Ja. Im Moment bin ich hier in einer Klosteranlage in der Schweiz. Ich, nachdem ich vorher bekanntlich längere Zeit auf einem Ziegenhof war, das war vor allen Dingen im Winter. Danach vorübergehend, während ich die Klage eingereicht habe, diese 750 Seiten mit meinem Anwalt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, war ich dann im schöneren Tessin, habe da den Frühling zumindest minutenweise erlebt, wenn ich nicht gerade wirklich Tag und Nacht an dieser Klage gearbeitet habe. und war da in einer Ferienwohnung, die mir Freunde zur Verfügung gestellt haben und ja, war danach nochmal auf einem, für kürzere Zeit auf meinem Ziegenhof und aktuell bin ich in einer Klosteranlage. Genau, so viel, dass man vielleicht ein bisschen weiß, Orientierung hat für die Menschen auch, die mich unterstützt haben dabei. Und an der Stelle mag ich da auch nochmal Danke sagen, denn ohne das wäre mein Dranbleiben einer Arbeit, in dem, ja, also so wie ich das mache und gestalte, auch mir kaum möglich gewesen tatsächlich. Und ja, möchte mich bedanken für die verschiedenen, tatsächlich mich in verschiedener Weise erreichten Unterstützungen von euch und Ihnen. Dankeschön an dieser Stelle. Besonders herausstellen möchte ich namentlich auch die Alexandra und den Dietrich, die mir die Wohnung damals im Tessin zur Verfügung gestellt haben, während der Hochphase der Klagearbeitung, aber auch meine Namensvetterin, die Daniela, die sich zu Hause bei mir um meine daheim eintreffende Post ganz gut kümmert und um meine Pflanzen, die von denen es immer wieder sagt, dass sie eigentlich darauf warten, dass ich wieder nach Hause komme. Ja, mein Lebensumfeld, ja, ist natürlich auch so, dass mir das sehr fehlt, aber ich nicht bereit bin in einen sich, aus meiner Sicht ständig weiter in eine totalitäre Betrouille entwickelnde, vor allem Bundesland, aber auch letztlich Deutschland an sich, wie es umgeht und wie es letztlich auch damit umgeht, dass Bayern wirklich über alle Stränge schlägt mit diesen Maßnahmen, dahin zurückzugehen, das ist für mich, ja, undenkbar. Unter den jetzigen Umständen, genau. Ja, vielleicht noch zwei kleine Dinge zum Abschluss. Warum stört mich das eigentlich im Kern als Psychologin so massiv, neben den ganzen Dingen, die ich schon immer gesagt habe, die alten Argumente? Es gibt noch eins, das ich noch nicht so rausgestellt habe und das möchte ich hier nochmal oder einmal tatsächlich herausstellen. Und zwar ist es, dass es meiner Sicht als Psychologin mit diesen Masken auf diese lange Dauer ganz klar eine Umprogrammierung neuropsychologisch und psychologisch und sozial bei uns geschehen kann und potenziell auch geschieht. Bereits jetzt. Und zwar zum einen, wenn wir Masken sehen, Menschen, die total verhüllt sind darin, dann, also gibt es ja immer wieder welche, ja, die das auch massiv übertreiben, aber auch so FPP2 bei Sommerinzidenzen unter freiem Himmel auf Märkten in Bayern, aktuell noch notwendig. Und dann geht bei uns natürlich auch im Gehirn, unsere Amygdala schlägt in der Regel, wenn wir noch nicht vollständig abgestumpft sind, davon Alarm, ja. Bedeutet das eigentlich, ja, dass ein Stresshormon, Ausschüttung in Gang gesetzt wird, Kampf oder Flucht gebahnt wird, im Sinne von, es ist ein Signal, das an uns herangetragen wird von Bedrohung, von hier stimmt was nicht. Hier muss man wirklich eine feste Maske tragen, sonst würdest du sterben oder deinen anderen gefährden oder der andere würde sterben und du, ja, der gefährdet dich, du gefährdest ihn, das freie Atmen ist total gefährlich. Und dieser Alarmzustand, der ständig getriggert werden kann, oder wo wir gegenregulieren mit Abstumpfung und sowas schon normal finden, ist genauso krank, ja, macht was mit uns, macht auch neuropsychologisch was. Ja, uns ständig wieder so einen kurzen, auch neuropsychologischen kleinen Alarmkick zu geben. Genauso unsere Intuition zu hemmen. Ja, normalerweise ist es freie Atmen, das ist etwas, das auf unserer sensomotorischen, also körperlichen und sensuellen Ebene völlig auch unwillkürlich ja passiert. Es ist was ganz Tiefes, auch Körperliches natürlich. Und wenn das nicht mehr sein Eigenleben, sage ich mal, einfach haben darf, sondern es wird staatlich totalitär vereinnahmt, indem bestimmt wird, wann wir wo, in welcher Weise noch atmen, frei atmen dürfen oder aber mit einem Atemwiderstand, der bei einer FPP-2-Maske absolut erwiesenermaßen fühlbar ist, ja, auf Dauer sowieso, aber bei je nach Persönlichkeit auch früher oder später, eher früher bei nicht wenigen, das macht tatsächlich, macht etwas auch mit unserer Körperlichkeit. Es brennt uns dieses Bedrohungserleben regelrecht körperlich mit jedem Atemzug ein. Und je länger das andauert, desto größer ist die Gefahr, dass wir, auch wenn diese Masken irgendwann mal fallen, das immer noch in unserer Körperlichkeit drin haben, ja, es macht dann solche Symptome mit absoluter Plausibilität bei nicht wenigen Menschen, wie ich traue mich das freie Atmen nicht mehr, wenn ich nah an einem fremden Menschen dran stehe, dann halte ich die Luft an, ja. Solche neurotischen Symptome sind vorprogrammiert in der Bevölkerung. Oder aber, oh, der hat mich jetzt, hat so geatmet, dass ich einen Luftzug abbekommen habe. Oh wei, jetzt muss ich erst mal husten. Ich bemerke in der Bevölkerung schon, in Bayern habe ich ganz klar solche Symptome bemerkt, ja. Oder man geht ohne Maske zum Bäcker rein, muss die Bäckersfrau, wenn man rausgeht, erst mal husten. Ja, das sind, das sind wirklich Gestörtheiten, die sich da entwickeln. Wenn sich gesunde Menschen im Sommer für kurze Zeit begegnen bei absolut niedriger Inzidenz, dass jeder die Luft annäht und hustet, also so eine Gesellschaft möchte ich hier nicht haben. Das ist absolut krank. Und da sieht man, wie der Staat tatsächlich das so indoktriniert momentan, dass das Ganze, ja, totalitär überformt wird. Sogar die Körperlichkeit, auch die Intuition, auch Nähe und Distanz. Wenn man es langfristig überformt mit Regeln und mit Polizeiaufgebot, bestenfalls noch, zum Glück sehe ich das hier in der Schweiz tatsächlich in dem Ausmaß überhaupt gar nicht, in den Regionen, wo ich mich aufhalte, wirklich gar nicht, dass irgendwelche Abstandsmessleute dann auch dastehen oder so oder auch jemals gestanden haben, habe ich zum Glück hier nicht erlebt. Da bin ich sehr froh. Und trotzdem sind die Zahlen hier nicht schlechter, ja. Genau. Und natürlich auch die Bedürfnishemmung. Da sagt der Professor Gerhard Hüther, der Hirnforscher, natürlich klar, wenn du ständig deine Bedürfnisse hemmen musst und denkst, oh, dann gehe ich drauf zu, den nehme ich in den Arm oder ach, wie schön, da habe ich die Intuition näher dran oder weiter weg zu gehen. Und ständig wird das mit einem totalitären Metastab des Staates definiert. Oh, jetzt sind es 1,5 Meter, jetzt sind es 2 Meter. In Österreich wechselt das ja auch. Und jetzt sind es nur noch 1 Meter. Deine ganze Intuition, dein Menschsein wird ersetzt durch den staatlichen Metastab. Und das müssen wir uns überlegen, was das für ein gesellschaftlicher Wandel ist. Ich bin da absolut mit Händen und Füßen gegen. Und das ist auch was, warum ich mich dafür so engagiere. Ja, zum Abschluss jetzt tatsächlich noch ein Appell an alle, auch ganz persönlich und direkt angesprochen, an alle Bürgerinnen und Bürger und auch an die Landesregierungen und Bundesregierung in Bezug auf die Masken danach. Es wird ja schon immer gesagt, wenn die dann mal irgendwann fallen, dann wollen oder sollten wir uns auch weiter schützen, wollen auch, sagen ganz viele Bürger, wollen wir uns weiter schützen und auch die anderen solidarisch weiter schützen, zumindest in Grippewellen. Oder auch Regierende sagen, jetzt muss man ganz, ganz langsam, muss das alles fallen und lieber länger aufrechterhalten, diese Maskenverordnung. Da sage ich ganz klar, wenn ihr wirklich irgendwas schützen wollt, unsere Gesellschaft schützen wollt, den anderen und euch selber, dann müssen wir jetzt erstmal drei Dinge tun. Erstens eine richtige Datengrundlage für alles haben, damit wir überhaupt eine Einschätzung haben, wie die Lage ist, die epidemiologische. Zum anderen erwarte ich eindeutig mildere Mittel. Und bevor mir hier irgendjemand eine Maske, eine FPP-2-Maske womöglich noch regelrecht aufzwängt, erwarte ich gefälligst von demjenigen, genauso verordnungsmäßig von den Behörden und Regierenden, dass sie mildere Mittel ergreifen, dass sie eine breitflächige Stärkung des Immunsystems in der Bevölkerung im Herbst und Winter machen, vornehmen und propagieren und genauso eine Prophylaxe, eine Ausschöpfung der Prophylaxe-Möglichkeiten nach Kramer und Zastro, Gurgelösung, Mundspülung etc. Und vorher hat mir niemand irgendeine Maske und schon gar keine FPP-2-Maske aufzudrängen und niemanden anderem, nicht nur mir nicht. Und Kindern und auch Älteren, die oft mit der Atmung ohnehin schon schwerer für die bestellt ist, auch erst recht nicht. Und alle anderen Testbefreiten sowieso nicht. Und genauso ist es mit der Impfung. Bevor ihr nicht mildere Mittel ausgeschöpft habt, ist das eigentlich überhaupt gar nicht ein Thema, Menschen auch da regelrecht drängen zu wollen. Ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht und gebt den Druck jetzt in die Bevölkerung weiter. Das ist für mich psychologisch ein absolutes No-Go. Ja. Und noch ein bisschen mehr. Ich verknall mir an der Stelle mal den weiteren Kommentar. Außerdem als nächstes hat jeder, bevor er mir irgendeine Maske oder eine Impfung aufdrängt, hat er sich dafür einzusetzen, dass die Gain-of-Function-Forschung, in der Viren immer aggressiver gemacht werden, in zahlreichen Laboren in dieser Welt, dass diese Forschung bis auf ein absolutes, aus einiger Sicht von Menschen womöglich absolut notwendiges Minimum heruntergekocht wird und zwar absolut reduziert wird. Denn die WHO hat, ich meine, es war 2013 bereits gesagt, dass das das größte Risiko ist für die Entstehung folgender Pandemien in der Zukunft eben. Diese Forschung in diesen Laboren mit diesen hochaggressiven und immer aggressiver gemachten Erregern. Ja. Und ich denke so, wenn du diese Hausaufgaben nicht gemacht hast, liebe Mitbürgerin, liebe Mitbürger, und dich engagiert hast gegen Gain-of-Function-Forschung, wo fraglich dieser Erreger auch schon hergekommen ist, wenn nicht, dann ist es der nächste Erreger. Und wenn wir es bei diesem nicht wissen, ist die Wahrscheinlichkeit laut WHO 2013 meine ich die höchste, dass es da hergekommen ist. Und bevor du nicht mildere Mittel genutzt hast, inklusive deiner Vorerkrankungen vorgebeugt oder, auch das geht bei vielen, wenn auch nicht allen, deine bestehenden Vorerkrankungen ja therapeutisch gut angegangen bist und dazu noch dich für eine richtige Datenbasis für uns alle eingesetzt hast und Prophylaxe betrieben hast und dein Immunsystem gestärkt hast. Vorher möchte ich von dir nicht hören, was ich tun soll. Und das gleiche erwarte ich in der Ausschöpfung dieser allen Mittel von den Landes- und Bundesregierungen. Und zum Schluss möchte ich nur noch sagen, dass jeder was tun kann und nicht nur tun kann, sondern tun soll. Und ich mag es noch ein bisschen mehr betonen, jeder muss was tun, wenn wir das vor dem Herbst hier stoppen wollen und dieses Kartenhaus zum Einstürzen bringen wollen und die absolutste Minimalforderung wenigstens vor dem Herbst durchsetzen wollen, nämlich dass, verdammt nochmal, hochsystematisch und immer die WHO-Kriterien zur Fallzahlengenerierung, auch wenn sie offiziell ausgegeben sind zur Interpretation der PCR-Tests, aber die Fallzahlen basieren natürlich auf der Interpretation der PCR-Tests, dass diese angewendet werden. Und das sollte unser Ziel sein und da kann jeder etwas tun und eine kurze Anregung noch, was wirklich jeder Einzelne, auch der schüchterne und unsichere und sich in der Materie nicht so gut auskennende Mensch tun kann. Wir können mit den gleichen Mitteln, wie diese ganze Hyperpropaganda hier passiert ist, zu der es wenig Gegengewicht, so gut wie kein Gegengewicht gab, weil das Gegengewicht natürlich im Keim erstickt und diffamiert worden ist. Genauso übernutzen diese Mittel und zwar ist das das Mittel der Informationsflutung und bitte nicht reinweise und seitenweise, sondern einfach, meine Anregung ist, kleine Zettel zu drucken quasi oder zu malen, zu schreiben, was auch immer, zu kopieren mit einfach nur ein oder zwei Sätzen oder auch Fragen, Quizfragen. Sei es Quizfrage mit der CDC-Studie, wie wie viel reduzieren Masken laut CDC, laut NOSTA-Studie der CDC die Fallzahlen? Was glaubst du? Und auf der Rückseite die Antwort und das kann man kopieren und rauslegen, sodass es Menschen anspricht, dass es sie neugierig macht und bestens natürlich immer mit dem Link, mit dem Link auf diese Studie. Und das kann man mit einzelnen anderen Dingen, bei denen ihr sicher seid, dass sie valide sind, dass sie seriös sind, auch machen. Und ich finde, sowas müsste man dann überall finden als noch nicht ganz so gut informierter Bürger. Man müsste es beim Einkaufen auf dem Joghurt finden, weil das irgendjemand da aus Versehen vergessen hat, diesen Zettel. Oder im Zug. Ich setze mich hin und ups, da liegt so ein Zettel. Genauso an der Bushaltestelle oder vor dem Kindergarten, auf dem Parkplatz, egal wo. Ich würde euch bitten oder bitten ist vielleicht zu viel, aber anregen möchte ich es. Ich möchte es anregen, dass ihr so etwas oder auch etwas ähnliches macht. Informationsflutung mit kleinen, interessanten und validen Bruchstücken und die überall, überall aus Versehen verliert, sodass sie der Nächste auf der Butter beim Einkaufen findet und danach vor der Einkaufstür beim Friseur und wo auch immer. Gut. So viel zum aktuellen können wir auch.